Ja, hallo, Holbran hier. Heute möchte ich mal Danke sagen, denn durch euch habe ich gewonnen. Ich habe den Dutch Oven gewonnen, den der Matthias Dittgen in seinem Dutch Oven Passaround Kochwettbewerb zur Verlosung angeboten hat und ihr habt für mich gestimmt. Fetten Dank, fände ich total geil. Ich hätte eigentlich nicht damit gerechnet, denn von allen, die mitgemacht haben, bin ich der Einzige, der das Kochen richtig verkackt hat. Bei mir ist das komplette Menü verbrannt. Leider Gottes. Wer das Video noch nicht kennt, schaut mal unten in die Infobox, da ist der Link dazu. Aber dennoch habe ich eure Stimme bekommen für das Gewinnervideo. Supergeil, ich bin echt menschsprachlos. Ja, wie gesagt, der Topf kam an mit der Post, den habe ich vorhin bei der Post abgeholt. Ich packe den jetzt doch einfach mal aus, oder? So, da ist er. Ach, da schau her. Sogar noch eine Visitenkarte drin vom Waldbär. Der hat den Topf als letztes gehabt und hat ihn mir geschickt. Und herzlichen Glückwunsch. Den Link zum Waldbärsein-Kanal findet ihr auch unten in der Infobox. Und natürlich eine Schokolade habe ich auch noch bekommen. Und den Topf selber. Ja, saugeil. Hier mein neuer Topf. Supercool. Jetzt kann ich wieder Kohle produzieren. Also ich gebe mir Mühe. Ein Video zum Kochen im Dutch Ofen wird mit Sicherheit kommen. Vielen Dank nochmal für eure Stimme. Danke dir nochmal, Matthias, für die supergeile Aktion mit dem Dutch Ofen. Und dann würde ich sagen, danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.